Hallo bei Incap Your Pen. Heute geht es wieder mal um einen klassischen Füllfederhalter, also einen Füllfederhalter, den ihr heute so nicht mehr im Handel bekommt, also ein Vintage-Stück muss es eigentlich richtig heißen, und zwar um dieses Teil hier. Das ist der Waterman CF in Silver Moiré. So sieht diese Metallform aus und wie immer will ich euch natürlich den Füllfederhalter beschreiben, will euch natürlich auch was dazu sagen, wo ihr den vielleicht bekommen könnt. Natürlich auch so einen Hinweis geben, wo liegen da die Probleme, weil hier gibt es ein Problem mit dem Waterman CF, deswegen solltet ihr euch auf jeden Fall erst mal das Video anschauen, bevor ihr losstürzt, sage ich mal, und euch den Füllfederhalter kauft. Dann will ich euch natürlich auch Maße und Gewicht benennen, dann machen wir einen Schreibtest, dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt und in diesem Fall, wo natürlich auch das Problem mit dem Waterman CF liegen könnte. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee und ich sage euch, ob ich mir wiederholen würde und was ihr vielleicht dafür ausgeben müsst. Ja, so sieht er aus, der Waterman CF in der Farbe Silver Moiré. Das ist ein Metallfüllfederhalter, der in den Jahren 1953 bis circa 1980 von Waterman hergestellt wurde. Das begann mit Kunststoffmodellen in den USA, ging dann weiter nach Großbritannien. Es soll auch kanadische Waterman CF Füllfederhalter gegeben haben. Und die edlen Modelle, die Metallfüllfederhalter, so wie wir heute hier vor uns haben, die wurden in der Endphase in Frankreich hergestellt. Die späten Modelle sind die Modelle, die es auch in, ich sage mal, Edelmetallausführungen gibt. Das ist hier keine. Das ist hier dieses Silver Moiré. Das ist ein, ja, eine Metallgravur, die diesen Moiré-Effekt, den man auch von Fotos her kennt, da will man den ja immer vermeiden, hoppla. Hier will man ihn eigentlich haben, weil das macht ja hier diesen optischen, optischen Eindruck des Füllfederhalters dann auch entsprechend aus. Ja, ich habe den mir gekauft über Ebay Kleinanzeigen. Da hat er mich 40 Euro gekostet. Preise gehen rauf bis zu 200 Euro, was ich so gefunden habe. Und ja, ist ein toller Füllfederhalter, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Klassisch auch wieder schlank. Aber auch hier sei wieder gesagt, obwohl ich eher die kräftigen Füllfederhalter, ihr wisst es aus meinen Videos mag, ist es trotzdem so, dass der hier gut in der Hand liegt. Und ja, mir sehr gut, mir sehr gut gefällt. Okay. So, CF steht für Cartridge Filler. Das ist also ein Füllfederhalter, der oder der erste oder einer der ersten Waterman, die für Patronen hergestellt wurden. Ich betreibe den hier mit einem Konverter, komme ich nachher noch mal zu. Es gibt aber ein kleines Problem. Und zwar hat Waterman irgendwann mal die Form der Patronen verändert, sodass in diesen Füllfederhalter hier, dieses Vintage Modell, also in den CF, die heutigen Waterman Patronen nicht mehr hineinpassen. Das müsst ihr einfach wissen. Dafür gibt es einen Konverter. Die sind aber nicht ganz, ganz leicht wohl zu finden. Das sind also auch New-Old-Stock-Stücke, die ihr da suchen müsst. Okay. Dann schauen wir uns den Füllfederhalter mal an. Das ist hier eine Steckkappe. Das klingt auch hier. Hört mal. Ich halte es mal gegen das Mikrofon. Klingt sehr gut. Klingt angenehm. Machen wir die Kappe mal ab. Dann seht ihr hier. So ein bisschen besser einstellen. Zack. Hier seht ihr das schon. Waterman. Ups. CF für Cartridge-Filler. So hier am Kappenband. Dann seht ihr hier noch mal schön diesen Moiré-Effekt, finde ich hier, wenn das Licht hier so drauf scheint. Sieht schon sehr gut aus. Hat hier so eine schräge, schräge Kappe. Ja. Stylish. So soll so ein bisschen aus dem, ja wie soll ich sagen, aus diesem Raketen-ähnlichen, ich sag mal, Design herauskommen. Sieht man nachher auch hier am Griffstück. Zeige ich euch dann noch mal. Ist alles so der Zeit geschuldet, dieses Modell. Und ja, ist eigentlich recht schön gemacht. Der Clip kann ich euch mal zeigen. Fest, aber funktional. Kann man nichts meckern. Mal gucken, ob hier eine Innenkappe drin ist. Habe ich hier gar nicht gesehen. Doch, hier ist eine leichte Innenkappe drin. Mal gucken, ob ihr es so seht. Ja, genau. Kunststoff-Innenkappe ist drin. Ja, Metallkonstruktion. Fühlt sich gut an. Man merkt so dieses Muster hier, wenn man hier so drüber streicht. Sehr angenehm. Dann schauen wir uns den Füllfederhalter mal an. Fangen wir mal hier mit der Feder an. Da seht ihr schon. 18K 750. Ist eine Goldfeder. Und in der Raute, das bringt die Kamera jetzt nicht so genau raus. Das könnt ihr euch noch mal bei mir auf der Website anschauen. Da habe ich, als ich den Füllfederhalter bekam, habe ich ihn zerlegt und gereinigt. Und da steht VG 18M. Für was VG steht, weiß ich nicht. Vielleicht für Very Good. Keine Ahnung. Ja, das kann man alles in dieser Raute sehen. Und in dieser Raute drin. Das kommt jetzt hier nicht wirklich raus. Ich kann es noch mal probieren. Mal gucken, was hier passiert, wenn wir hier ganz nah ran gehen. So. Mal gucken, ob wir da noch mehr rausbekommen. Zack. Da seht ihr jetzt hier nochmal. Da ist in der Mitte, wie so ein Balken, das ist ein Füllfederhalter, den man da abgebildet hat. Also das sieht schon sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Okay. So. Dann. Ja, so sieht man da gar nichts. So. Jetzt sieht man wieder ein bisschen mehr. Dann Griffstück. Ist ein sehr langes Griffstück. Ist hier farblich abgesetzt. Ich glaube nicht, dass es... Ich muss mal hier gucken. Ja. Man merkt ja auch ganz leicht, dass es irgendwie eine Kante ist. Es könnte auch eine Metallapplikation hier drin sein. Sieht jedenfalls sehr stylisch aus. Deswegen sagte ich so ein bisschen raketenmäßig. Auch diese Feder, wenn ihr die so anschaut, die sieht so ein bisschen aus wie so diese Flexfedern. Müssen wir uns dann im Schreibtest mal anschauen, ob da sehr viel Variation drin ist. Aber sieht schon sehr, sehr cool aus. Auch hier dieses abgekantete, sage ich mal, der Feder. Das passt schon alles hier stylisch zu dieser Zeit von 53 her. Da stammt ja das Design her. Füllfederhalter liegt hier mit dem recht langen Griffstück gut in der Hand. Ist recht schmal, das Griffstück, muss man sagen. Verjüngt sich auch nach unten. Ist aber angenehm zu halten. Also ich bin hier wieder so in der Mitte drin. Ist okay. Also ist jetzt nicht, dass ich sage, super Grip oder kann man super, super halten. Es ist völlig in Ordnung und gibt nichts zu meckern. Okay, dann schrauben wir einfach mal auf. Dann seht ihr hier schon Metallgewinde auf Kunststoffgewinde. Aber wenn der seit den 80er Jahren gehalten hat, sage ich mal, dann denke ich mal, ist das schon recht haltbar. Ja, dann habe ich hier einen Converter mit drin. Da könnt ihr mal schauen. Ich glaube, so kann man das sehen. Waterman made in France. Also hier, dieser Converter, der passt anstelle von den alten Patronen herein. Aber auch dieser Converter ist New Old Stock. Und jetzt auch nicht ganz einfach zu finden. Oftmals werden diese Füllfederhalter einfach nur ohne Converter, ohne Patronen angeboten. Dann müsst ihr euch darüber im Klaren sein, dass ihr jetzt nicht sofort da losschreiben könnt. Sondern ihr braucht noch hier diesen Converter. Passt auch, soweit ich das im Internet recherchieren konnte, nur dieses Modell von Waterman. Da passt kein anderes Modell. Und insofern ist es, wie gesagt, nicht so ganz so einfach, den zu benutzen. Ja, ich will jetzt hier nicht weiter dran rumspielen, sage ich mal, am Converter. Ich habe den schon mit Tinte befüllt. Ich habe mich hier für Diamond Penoblue entschieden. Penoblue ist eine Farbe, die von Diamond speziell für Penoblue, so, jetzt habe ich es wieder, genau, das ist der Name, das ist ein Internetshop, die verkaufen Füllfederhalter, Zubehör. An der Stelle, wie immer der Hinweis, ich bekomme nichts von Penoblue, ich bekomme nichts von Waterman. Ich möchte euch einfach nur einen Füllfederhalter vorstellen und möchte euch ja Lust auf Vintage-Füllfederhalter machen, in diesem Falle. Okay, dann schauen wir uns noch mal kurz den Schaft an. Ja, hier auch mit einem Band. Gucken, was da drauf steht. Kann ich jetzt hier gar nicht lesen. Ah, Made in France. Können wir noch mal ein bisschen deutlicher machen. So, Made in France. Da seht ihr es noch mal hier auf dem Metallband. Ansonsten seht ihr hier noch mal diesen Moiré-Effekt. Sieht sehr cool aus. Fasst sich auch ganz gut an. Ist auch ein recht guter Haltungszustand. Und hier, Abschlussstück ist dann auch noch mal ein silberglänzendes Metall. In dem Falle hier, wie ihr seht, beweglich. Ob das so sein muss, ob das immer so war, keine Ahnung. Ich habe ihn so bekommen. So sieht es aus. Ich habe mal reingeschaut mit einer Taschenlampe. Kann da jetzt keine Schraube entdecken, mit der ich irgendwas festziehen könnte. Ich glaube, das ist wirklich einfach hier so gemacht. Und ja, dieses glänzende Stück ist da oben so eingesetzt. Ja, so sieht der Schaft aus. Auch der sehr gut verarbeitet. Füllt sich angenehm an. Metall-Füllfederhalter sind ja manchmal so ein bisschen glatt, so ein bisschen rutschig. Hier in diesem Fall nicht durch dieses Muster. Da hat man eigentlich einen guten Halt, wenn man den auch so anfasst. Alles wunderbar. Okay, dann setzen wir ihn jetzt mal hier wieder kurz zusammen. Und dann machen wir gleich mal Maße und Gewicht. So, wie ich ihn jetzt hier vor euch hin halte. Also in diesem... Muss ich noch mal ein bisschen rausgehen. So, in diesem Zustand, also ohne Kappe, da misst er 12,3 cm. Wenn ich den jetzt hier so in die Hand nehme, seht ihr das. Der liegt ganz gut in meiner Hand. Kein Riese. Ich fasse auch vom Griffstück her so ein bisschen weiter oben an. Also ich würde sagen, ich bin so im oberen Drittel. Und da ist es für mich angenehm, den zu halten. Also ist kein sehr, sehr kräftiges Griffstück. Achso, vorhin hatte ich vergessen. Tintenleiter ohne Lamellen hatte ich euch noch gar nicht gezeigt. Ich habe mich vorhin so auf die Feder fixiert. Aber hier seht ihr das nochmal. Der Tintenleiter ohne Lamellen. Okay, ja. So misst er, wie gesagt, die 12,3 cm. Man kann die Kappe auch aufstecken. Das hält auch gut, wie ihr hier seht. Da gibt es kein Problem. Und mit der aufgesteckten Kappe misst er dann 15 cm. Wenn ich den dann so halte, dann merkt man schon, dass die Kappe oben drauf steckt. Ist halt eine Metallkappe. Ist schon nicht so, dass man sagt, okay, das wird jetzt ein Übergewicht, so dass es den Füllfederhalter nach hinten zieht. Aber es ist schon merkbar. Muss jeder wissen. So, und wenn ich ihn hier im geschlossenen Zustand so vor euch halte, dann misst er 13,6 cm. Okay. Befüllt mit Tinte, mit dem Konverter. Dieser Metallfüllfederhalter bringt 23,8 Gramm auf die Waage. Also für den klassischen Stil schon einer, der so ein bisschen was auf die Waage bringt. Okay. So viel dazu. Und dann kommen wir jetzt als nächstes, nachdem ich hier wieder das ein bisschen scharf gestellt habe, dann kommen wir als nächstes zum Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben heute hier vor uns den Waterman. C, F in Silber, Moiré. Die Feder ist eine 18k Goldfeder. Ich bin der Meinung, das ist eine breite Feder, so wie der Herr schreibt. Sie ist nicht beschriftet. Also es steht nicht drauf, dass es eine breite Füllfeder, Füllfederhalterfeder, so jetzt haben wir es, ist. Aber so vom Schriftbild her würde ich sagen, ist es eine breite, breite Feder. Der Designer, das habe ich euch vorhin noch gar nicht erzählt. Designer ist ein gewisser Harley Carl. Der hat viel für General Motors gearbeitet. Und in dieser Zeit war eben dieses Design, jetzt ja vorhin so ein bisschen als raketenähnlich, also es war sehr technikaffin, dieses Design. Und das Ganze sollte als Konkurrenzprodukt zu dem sehr erfolgreichen Parker 75 laufen. Also insofern hat man sich da versucht, so ein bisschen ein Konkurrenzprodukt auf den Markt zu bringen, das dann auch Parker so ein bisschen in die Grenzen weist. Okay. So, die Farbe ist Diamine. Pinot Blue. Und das Papier ist wie immer Claire Fontaine. DCP 160 Gramm. Okay. So viel dazu. Jetzt haben wir so ein bisschen die Eckpunkte und dann könnt ihr wie immer hören, wie die Feder hier über das Papier gleitet. Ich denke mal, ihr habt es gehört, das ist seidenweich. Also diese 18K Goldfeder, muss man sagen, wunderbar. Auch als breite Feder, wirklich top. Ihr habt ja kaum ein Schreibgeräusch gehört hier auf diesem Papier. Und ihr könnt es ja gut vergleichen mit den anderen Federn, die ich vorstelle. Also die ist auch unter den Goldfedern absolut seidenweich. Ob das jetzt die Form der Feder gegeben hat, spielt die Stärke der Feder natürlich auch eine Rolle. Das ist mir klar. Aber genau kann ich das nicht sagen, was dazu führt. Aber es ist eine ganz hervorragende Feder. Jetzt haben wir den Moment offen gelassen. Dann versuchen wir mal schnell das Schreiben und gucken mal, ob er gleich da ist. Ja. Ja, ist gleich da. Hier haben wir minimal was gehabt, wenn ihr es hier gesehen habt. Ich mache mal einen Strich drunter. Also in Mühe, sage ich mal, fehlt da vielleicht an Tinte. Aber alles in allem, muss man sagen, war gleich da. Dann versuchen wir mal verkehrt herumzuschreiben. Ja, klingt nicht unangenehm. Ja, okay. So ein bisschen, würde ich sagen, fein. Völlig okay. Klingt auch ganz gut. Aber ist jetzt nicht mein Favorite, wie er ist. Dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen Variationen in die Feder bekommen. Oh, wir haben ein kleines Anschreibproblem. Ja, so ein bisschen Variationen kommt man schon hinein, wenn ihr hier mal schaut, mit ein bisschen Übung. Wenn wir nochmal gucken, ob es jetzt gleich wieder ein Anschreibproblem gibt. Ne, jetzt ist es gut. Schaut mal, das sieht doch gut aus. Also da ist Variation drin. Gucken wir mal uns den Tintenfluss nochmal an, hier mit dieser Tinte. Oh, das ist ausreichend, aber nicht üppig. Schaut mal. Ist nicht so, dass er hier zum Verwischen tendiert. Also hier hat man genau die richtige Menge. Und wenn das Papier die Tinte aufgenommen hat, und das geht hier relativ schnell, dann verwischt die auch nur ganz wenig. Okay. So viel dazu. Ich habe noch eine Sache, die ich euch noch nicht gesagt habe. Die fällt mir gerade noch ein. Hier am Griffstück. Muss ich mal gucken, ob man das jetzt hier so sieht. So. Hier am Griffstück. Da sieht man es. So, Moment. Ist eine Nummer eingeprägt. Und zwar L97864. Was diese Nummer bedeutet, kann ich euch nicht genau sagen. Vielleicht kann man über diese Nummer hier, man kann es hier relativ schlecht sehen. Was diese Nummer hier für eine Bedeutung für diesen Füllfederhalter hat. Ob man daraus die Federstärke oder sonst etwas ablesen kann, kann ich euch nicht sagen. Ich konnte da im Internet nichts zu recherchieren. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Und insofern hier noch dieser kleine Nachtrag. Okay. Dann kommen wir jetzt als nächstes dazu. In der will ich euch gerne sagen, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Waterman CF. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Waterman CF in Silver Moiré. Hier ist er nochmal. Mir gefällt gut das Schriftbild. Mir gefällt gut die Goldfeder. Die ist wirklich super weich. Ich mag diese Moiré Maserung, sage ich jetzt mal, auf diesem Metall. Das sieht toll aus. Ist ein Vintage-Stück. Ich mag ja sowieso Vintage-Füllfederhalter, wie ihr wisst. Ich mag das Schriftbild. Es hat mir super gefallen. Er liegt gut in der Hand. Ja. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Tolles Schreibgerät, sage ich einfach. Was mir weniger gut gefällt, ist, dass so ein Converter recht schwer zu finden ist. Da müsst ihr im Internet mal schauen. Ihr bekommt die, wie gesagt, zumeist ohne Converter oder ohne Tintenpatronen. Mit alten Tintenpatronen. Hier nochmal der Hinweis. Ich habe im Internet gelesen, dass die aktuellen Waterman-Patronen dort nicht passen. Da hat man die Aufnahmen so ein bisschen geändert. Aber dieser Converter, der passt. Für den Füllfederhalter selber müsst ihr so anlegen, in der Regel, ich habe den recht günstig bekommen, habe ich euch ja gesagt, 40 Euro. Aber ihr müsst in der Regel so anlegen, 80 bis sogar 180 Euro. Da sind dann vielleicht auch noch ein Kästchen mit dabei. Also noch so ein paar andere Accessoires, sage ich mal. Oder dann auch mit Converter. Das geht dann eben nochmal nach oben. Für den Converter, wenn ihr den bekommt, dann müsst ihr so zwischen 20 und 30 Euro anlegen. Da müsst ihr nach einem CF-Converter suchen. Da hat es nochmal eine Nummer, die kann ich euch nochmal sagen, S012-2870. So heißt diese Waterman-Nummer. Und da findet ihr den passenden Converter. Und wie gesagt, so mit Versand liegen die dann so zwischen 20 und 30 Euro. Also so knapp über 20 Euro und 30 Euro. Wenn er denn zu bekommen ist. Das ist halt die große Geschichte momentan. Und insofern würde ich mir wieder kaufen. Ja, ich würde mir wieder kaufen, weil ich finde, diese Goldfeder schreibt sich ganz fantastisch. Ich mag diese Vintage-Stücke. Heute ist das alles so ein bisschen ähnlich. Gehört ja zu Rubbermaid, Waterman. Und ich mag aber diese alten Teile und diese Vintage-Sachen. Die haben es mir halt angetan. Und vor dem Hintergrund würde ich mir auf jeden Fall wieder kaufen. Natürlich habe ich ihn, wie gesagt, auch zu einem super Preis bekommen. Okay. So viel dazu. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, welche Erfahrungen habt ihr mit dem Waterman CF gemacht? Und findet ihr den genauso toll, wie ich ihn toll finde? Oder seid ihr da völlig enttäuscht? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Inkup Your Pen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Inkup Your Pen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Inkup Your Pen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Inkup Your Pen.